Das erste Opfer Ich habe eine ganze Menge mit dir gekratten Ich habe eine ganze Menge mit dir gekratten Was tun? Zeit für ein bisschen Blut vergießen Ein Schuss am Brenner Das ist 26 zu 30 Ich könnte hier noch spielen, aber Das ist eine gute Fette Ich habe einen Schaden 3 Schaden 2 Schaden Was machen wir? Keiner mit dir ist draußen Ich könnte mit dem Führer mit dem Sprochen brauchen Das wäre nett Das wäre nett Auf jeden Fall Ich frage mich, ob... Ein Schuss, ein Treffer. Für die Befehl. Ich werde es versuchen. Wollen wir mal, dass das alles klappt. Ich setze es auf eure Rechnung. Oh, ich spiele, warum hast du das? Ach, ich will das nicht auf diese kleinen Videos spielen. Das ist jetzt am Häusermelk. Das ist ja wirklich ärgerlich. Ich werde jetzt nicht anregend spielen. Hm, ich frage mich, ob... Das ist eigentlich... Gut, okay. Schaden ist nicht zu viel. Ich werde... 1. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Schluss. Ich rufe, ich rufe. Ich rufe, ich rufe. Ich rufe, ich rufe, ich rufe. Ich rufe. Ich rufe, ich rufe. Es ist ein schwieriges Spiel. Oh, mein. Oh, mein. Ich werde es versuchen. Lebt diesen Apfel auf euren Kopf. Was tun? Was tun? Das. Für die Wildner. Oh nein. Der Leibchangler. Der darf auch keinen Fall abnehmen sein. Der ist ein bisschen. Ah, Messer schon höher. Passt ja. Ach, Mann. Hm. Ich frage mich, ob... Ich frage mich. 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 Und noch. Stop done! Boah, fein. Leidig. So ist jetzt in meinen Wort etwas besser aus. Und etwas. So ist es richtig. Bei dem voll 10. Mörder. Wenn ich jetzt nur noch in dem Wasserreisen ziehe. Hm. Bei den Riesen der Meere. Dann geht es. So ist es nicht stark. Und das ist noch ein positives Zeichen. Und wenn ich mal im Schnee nervös werde, dann heißt es, da habe ich Spaß und so. Und seit letztem bin ich so nervös geworden, als ich beim Kabel spielt. Was. Tu. Oh. Da hab ich doch was getroffen. So. Hm. Zeit wartet auf niemanden. Eure Magie wird euch nicht retten. Jetzt? Ich habe ein riesiges Gewehr. Ich habe ein riesiges Gewehr. Okay. Was ihr wolle? Ja. 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 Ich habe ein riesiges Gewehr. Ja. 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 Für die Wildnis! Wo soll ich zuschlagen? So... Jetzt wird er es wissen. Ja, jetzt wird er gewinnen. Schade. Ich bin gespielt. Ich danke euch. Lass sie wieder ab, wenn ihr noch einen Arsch im Deckel nehmt. Die Kuh ist natürlich... Ich weiß nicht, wie diese Kuh heißt, aber wenn ihr die kriegt... Hier ist 4,5. Für 6 Mana hat sie auch noch Spann. Und die Beinschieben, da geht nichts drüber. Und wie wiederholen sich diese Hinweise hier ganz schön aus? Als Pfeifen und die Schmack-Aberbeer sind... Schade! 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 Aros! Okay, wie krieg ich es kann persönlich? Malfurion! Gegen! Eure Zeit ist gekommen! Ich muss die Wildnis schützen! Schade! 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 Was ernstliches. Ich hatte tatsächlich so toll wir gerade ab und abklären. Sieh, um die Warte! Jobs done! Die macht auf jeden Fall zwei Schaden. Wieso macht das auch noch Tier? Was hält die Zukunft bereit? Und jetzt ist es noch ein Spiel, aber das bringt nichts. Also Melly streckt das mit einem Traum. Und er nimmt einen Schamane. Für die Gefühle! Nein! Der Schamane fehlt. Wie gebraucht wird, er hat die Schamane etwas mitgezogen. So, ich habe jetzt vier Mann an. Ich könnte natürlich den E-Pen. Ich frage es schon mal, dass er den E-Teiligen übernommen ist. Aber das wäre wirklich kaputt. Das ist gut. Ich frage mich, ob... Hehehe, Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Für die Wildnis! Und ich denke... Ich will die Tür... Stop dann!